Kack und die zweite Ich kann nicht mehr laufen. Daria, oder? Ja. Guck mal, die schwächt schon. Die beiden werden schwer. Ein Schwerfußbrunner, schaffst du das nicht? Ja, schaffst du das nicht? Nee. Du musst weiter nach vorne, ne? Du bist nicht Superwoman, kannst nicht fliegen. Superwoman! Oh oh, oh oh. Außen! Geh mal den Zwitschern raus. Mehr nach vorne. Ja, aber du musst dir ja Vorsprung verschaffen. Und außen. Ja. Auch zu früh weg, wie Dominik. Hätte sie machen können. Impuls. Ja. Sprungtunnel ist hier grad ein bisschen weit raus, ne? 18, 19. Das war eben immer besser. Ja. Das macht es aus. Das war mal gekämpft. Ja, ja, ja! Wie langweilig. Wie langweilig...